so einen wunderschönen guten morgen oder schönen vormittag liebe menschen wir werden heute nur ganz kurz aber wird spielen also jetzt höchstens eine stunde oder so weil ich um 13 Uhr arbeiten muss und ich werde dann denke ich nach der Arbeit noch ein wenig Overwatch machen da das Event ja nur noch bis Freitag geht oder so oder bis Samstag um 2 Uhr schätze ich mal will ich bis dahin eigentlich nur Overwatch spielen naja und das mit monzander wird werde ich dann denke ich im Buch eine Video machen wobei ich endlich versprochen hätte dass ich das die letzten Tage mal mache leider komme ich jetzt nicht mehr dazu weil ich unbedingt noch das Event von Overwatch aus nutzen möchte und ich denke wir fangen mit Überraschungserändern mit 30 bekommen wir wieder eine Lootbox und bei 9 Uhr haben wir dann noch zwei weitere Lootboxen aber ich glaube wir werden höchstens 30 hier machen heute noch vor der Arbeit und so gegen Abend wenn ich zurückkomme machen wir weiter ja tut mir leid leute ich weiß wie gerne mein Mozart World Film gesehen wird aber ich will das unbedingt noch ausnutzen die Events da mit den Lootboxen und so ich werde mich beweisen ich werde mich beweisen ja lol ok natürlich da fangen wir gleich mit der Oasis ein wo es mindestens zwei Rotten wären mal schauen ach komm ich bin schon gelaufen hier steht eins zu eins und ich bekomme gerade eine Einladung war no chance danke dass ich direkt in so eine Match reingeworfen werde Ich gehe der Einladung gleich nach Moment, damit wir wieder in der Gruppe bin Ich hoffe, der macht irgendwie Überraschung Sinn oder so Hä, hat er mir gerade irgendwie Ne Party Season eingeladen Ne Das nehme ich nicht an Jetzt hat er gerade mit mir in der Gruppe Würden Der Gerechtigkeit wird genüge getan werden Ich bin tot Fast Hui Oh, nicht ganz geschafft Schade Ups Sind wir nicht rante gefallen Ich kann den Hammer nicht fallen Willkommen in V.A.L.Z. Ah, das ist echt nicht schön im Moment. Siehulus-Rote. Wir haben keinen Healer. Oh wow. Oh wow. Ja, mein Name ist großartig. Wow. Mal schauen, was wir jetzt spielen. Im Universum ist es egal, ob es für dich Sinn gibt oder nicht. Okay. Sigma. Moira zu Dienst. Willkommen. Das ist egal. Das ist egal. Sehr schön. Du bist wieder Diensthause. Ich sagte vielmals. Kennen Sie bereit. Formiert euch. Bestätigt. In Ordnung. Ich bin auf dem Weg. Konstantin. Die Barriere hält mich mir rein. Die Barriere! Bein Barriere! Bein Barriere! Brich auf! Der Heide! Awe! Barriere bereit! Oh! Die Stunde hat erklärt. Ah verdammt, den habe ich jetzt echt nicht mehr gekriegt. Jeder Tod bedeutet, reißte auf. Du bist dran. Ups. Uuuff. Mist. Ne, das schaffe ich nicht. Ja genau, der macht mir so viel Schaden, das ist unglaublich. Wenn ich einmal den Affen spiele, dann dauert es eine Minute oder so, bis ich mal so viel Schaden mache, wie er das in einer Sekunde hinbekommt. Das ist Wahnsinn. Moment, ich gehe da hoch. Warte, ich habe eine Sombra. Was zur Hölle. Ich komme. Oh, wow. Ach komm, das ist doch ein Witz, ey. Wie viel Scham macht die Echo jetzt? Ist es dasselbe, dem zwei Echoes? Ich bin ein Einmann-Apokalypse. Ah, der rasiert. Ups. Das dachte ich gerade kurz, ich bin immer noch Münzen. Wahnsinn, wofür. Dich, hast du noch Sombra. Oh, wow. Kumpel. Ich bin immer noch in der Sombra. Das ist doch Witz. Oh Oh Das war's für heute. Da kommst du doch nichts von einem. Oh. Sehr gut. Das war gut. Wir schaffen's. Noch 10 Sekunden. Na, geschafft. Ran. Was hat der gemacht? Die Stunde hat geschlagen. Oh, der hat wirklich drei von uns getötet. Oh, dann konnte ich das nicht ablocken. Äh, absorbieren meine ich. Egal. Äh, ich glaub der war das, oder? Äh, wir hatten am Ende zwei Run-Hards? Okay. Egal. Ich glaube aber doch, dass das dieser Magma Ding war. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Wie kann ich das ausgehen in einer Stunde? Wie kann ich das ausgehen in einer Stunde? Hoffe ich mal. Dass wir zumindest 30er noch schaffen, bevor ich wieder aufhören muss. Und da haben wir wieder ein Match. Sehr schön. Überrasch... Überraschungszene ist so nice. Willkommen in Blizzard World. Äh, jetzt sind wir der Angriff. Pfff. Dann könnte es schwieriger werden. Ne, Verteidiger. Genau. Und wir sind Mörse. Angreifer in 30 Sekunden erwartet. Hallo. 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 Oh, wieder mit Viola-Chan. Hallo. 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 Ja, was denn? Friede sein mit euch. Fünf. 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 Zwei. Eins. Angreifer näher. Rüfe. Verteidigen Sie Zielpunkt A. Mein Dank. Seid ihr Witz? Werde dich eine neue Orden vor. Du machst das schon. Einstrahlen aktiviert. Vielen Dank. Oh. Was? Wie schnell haben die mich getötet? Das ist Wahnsinn. Ey, der töte da echt alles. Nenn mich McCree. Hör mich bisschen! Wow! Wow. Wow. Woah! Okay, jetzt kommt der nächste mit Passionen und äääh, Dinge. Ey, wie schnell! Gerechtigkeit! vollstreckt sich nicht von allein ich habe hier eine kugel mit deinem namen jetzt habe ich eine idee mehr verdammt heute ist ein guter Tag wir sind immer wieder man ein Böckchen oder zwei oder drei hier kommt die Ressler die Zielgruppe ist verloren sicher das halten sie die Kraft auf nein wirst du nicht schauen wir nicht enemy oh wow oh komm ja da waren jetzt alle auf einmal schade oh cool wir haben einen Healer zwei sogar jetzt und zwei äh öh öh wow sehr schön Oh. Was sind denn die Gegner? Danke Na wie läuft's? Oh Oh man Der Stärkungsmatrix Einsatzbereit Widerst mit einer Extra Portion Heilung Wir sind alle. Wir sind alle. Besser! Besser! Ach komm Jetzt habe ich schon wieder meine Ulti verloren Geht das schon wieder los wie gestern? Ich muss ja instant meine Ulti machen Geht das schon wieder los Ach diese scheiß Wichse da Natürlich geht der instant auf mich Das würde ich gerade nicht machen Oh mein Gott Oh mein Gott Oh das schaffen wir noch Ich werde mich erkennen Oh 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 das ist unser Oh wow Die war gut Highlight des Spiels Und die anderen waren jeder bis zum ende Anscheinend Haben wir irgendeine Medaille? Oh wir haben sogar drei Bronze und dann Gold Nice Haben wir mit Genchi am meisten schon gemacht? Nein Mit irgendjemandem an Was wollen wir tun? Ich finde es interessant ist es Jetzt kommt ein Nachgold-Platin Ähm Meinetwegen Und in der Zeit ähm Haben wir ein Match gefunden Haben wir ein Match gefunden? Cool Das ging ja doch flut Mal schauen was die spielen Mal schauen was die spielen Beziehen sie Verteidigungsstellung Ich sehe schon Das wir haben eine Lust ja Wieder ja immer noch mal spielen Na ja dann spielen wir es jetzt mal Grüße Wenn wir das nächste Mal aufeinandertreffen Wenn wir das nächste Mal aufeinandertreffen Kann ich für nichts gehalten Ich auch Einen Moment Ich überprüfe nochmal ob die Berechnungen korrekt sind Grüße Viele finden das Universum verwirrend Das ist das Schöne daran Willst du irgendwie da hochkommen? Er darf nicht Fünf Exemplar Fünf 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 Zwei Eins Angreifer nähern sich Verteidigen sie Zielpunkt acht Barriere bereit Er wird sich zuerst Im Fangen. Wow. Okay. Das ist ein guter Ganji, wie es aussieht. Die haben Anna als Geelo. Okay. Ja. Oh, nice. Oh. Ja, gut. Ihr habt es so gut wie möglich versucht, es zu verteidigen. Oh my god. Oh. Sehr schau. Oh. 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 Was ist denn das für ein Skin von Anno? Oh, es war gut. Komm, ich hab Brosses Schaden gemacht, lol, ey. Und Gold, die Fortschrittsart, naja. Na, das ist nicht ausgereicht, die Sommere war da richtig nervig. Mit ihrem... Scheiß Heckling da. Du hast einen Sommereanz da. Ich bin kein Sinn und ich bin kein Herz... Verabschied. Ich bin kein Firmen im Flachraum. Ich bin kein Schammer besser. Ich bin kein Schammer. Ich bin kein Schammer. Ihr seid kein Schammer. Ich bin kein Schammer. Ich bin kein Schammer. Ich bin kein Schammer. Die Wissenschaft bringt. Unser grüner Cowboy. Die Jahre haben dich nicht sehr verändert. Hm, Jesse? Also an meiner Meinung über dich hat sich definitiv nichts geändert. Hey! Ich grüße. Ja! Die eine Hand gibt es, die eine Hand nimmt es. 4, 3, 2, 1. Runde 1. Nehmen Sie den Zielpunkt ein. So, machen wir die Runde ganz schnell und dann höre ich wieder auf. Ähm... Ich wollte dich länger spielen, aber egal. Also eh nur höchstens eine Stunde, aber so. Mein Villa Manifest. Hey. Oh, die kommen von da. Schlau. Halt meine Hand, er hat den Eben. Ich muss regenerieren. Der Zielpunkt ist ganz aktiv. Nimm den Punkt, der ist noch der Leid. Immer dieser fucking Chunkrut. Ich muss meinen Ansatz neu überdenken. Ich brauche Heilung. Ich verstehe. Ich brauche Heilung. Wahnsinn! Scharfschützen! Zeit voll. Das wird euch regenerieren. Oh, und dann sind wir alle gestorben, wirklich. Wieder mal versehen. Ist ja noch mal bei dir. Nein! Ah! Oh, G месте, ich bin ganz knapp. Oh. Hallo, kommt auch. Die Macht der Zerstörung. So, beginne Regenerationsverfahren. Ich bin so frei. Lass ihr euch regenerieren. Oh, sehr schön. Oh, sehr schön. Oh, ging es doch. Punkt, der Stand? 1 zu 0. Äh, wie viel habe ich jetzt gehört? 1400. Äh, okay. Wie schon habe ich nicht gemacht. Wie der uns wegschimmelt. Ich schick dich weg. 4, 3, 2, 1. Runde 2. Nehmen Sie den Zielpunkt ein. Ich muss dann weg. Es war dann ein kurzes Stream, aber gut. Generiere biotische Späne. Muss ich dann auch nicht. Ach komm, ey. Immer trifft mich dieser Scheiß schon gut. Kotzt mich an. Der Zielpunkt ist der Satie. Wird hier wohl einen neuen Ansatz? Das ist mein Willen. Mann. Ja, plötzlich sind sie besser, oder was? Klar. Komm, ich muss jetzt dann wirklich weg. Wissensschaft bringen. Mann. Diese dreckige Junkrat. Meine Güte. Meine Vorgehensweise war fehlerhaft. Geh sterben, mein Freund. 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 Natürlich bin ich runtergefahren. Nun denn. Um gedacht und frisch versuchten. Oh, was weiß ich. Die Macht jetzt zum Stören. Geh sterben, mein Freund. Ach komm, ich kann echt nicht mehr. Tut mir leid, aber ich muss das jetzt beenden. Tut mir leid. Ich bin dann so gegen Abend wieder online. Tut mir leid, Freund. Aber ich muss den Stream jetzt beenden. Tut mir leid. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Und da bekomme ich eine Eindruck nach den anderen. Egal. Bis zum nächsten Mal. D Scha高ere. Beide Waiten. Ausệt. 보이Yeis. Vielen Dank.